Ja, Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Modding Leichtgemacht, die Modding Tutorials. Ja, nochmal das Video aktualisiert, es wird mir doch wieder was. Und zwar ist jetzt nicht der Marc mit dabei, sondern der Cobra. Moin! Ja, und Cobra, erzähl nochmal kurz, was die Planung so angeht. Ja, die Planung geht an, eigentlich so ein paar Anfängersachen zu machen. Und halt für Fortgeschrittene, wie im vorherigen Video auch schon erklärt worden ist. Unter anderem auch halt für die Anfänger, wie man Konsole- und Fenstermodus anmacht, den Verkehr einstellt, die Lok öffnet und so weiter und so fort. Beziehungsweise auch schon ein Original-Deutz-Traktor als Mod nimmt. Ja, also im Endeffekt ändert sich nichts dran, nur dass der Prophet, Nenniss, jetzt einfach mal ein anderer ist. Und ja, wann wird das Ganze starten, wenn denkst du, hast du Bock drauf? Ja, sobald ich Zeit habe, wird bald sein. Sobald er Zeit hat, wird also bald sein. Also seid drauf gespannt mit dem Modding-Tutorials. Modding leicht gemacht mit Cobra04. Natürlich exklusiv aus Sachsen-Lettsplayer.